Weiter geht es mit einer neuen Folge Destiny 2. Wir sind hier immer noch hier unten. Und müssen den Boss finden. Der befindet sich hier zu drüben. So, wohin müssen wir? Wir müssen auch da. Hier drüben? Blockiert. Wir könnten aber sicher die Mahlzähne wieder in Gang bringen. Okay, aber wie? Aber wie? Zack. Es scheint, als benutzt die Rotlegion Merkur als Treibstoffquelle. Das Sonnensystem ausbeuten? Das ist irgendwie beeindruckend. Das ist radioaktiv und instabil. Halt es nicht zu lange in Händen. Was haben wir jetzt hier aktiviert? Oh! 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 Ich bin gleich wieder weggespawn. Oh! 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 der metzger ist auch wieder da wie viele kommen denn von dem der metzger fliegen aber die proppen Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. So, wo jetzt nach da alles klar? Sollten wir uns nicht wiedersehen, sollst du wissen, dass ich stolz auf deine Taten bin. Wow, wow, wow. Wow, wow. 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 jawohl, sauber runtergeholt, äh, warte mal Wohin müssen wir? Immer noch da, alles klar Ach, dann müsste auch bald der Endboss kommen, ne? Also, der einzige Weg zu unserem Ziel führt, da draußen lang Oh ja, das sieht ganz stark aus Bleib in den Schatten, den Schatten Oh ja, das ist eine große hole, die in den Schatten nein 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 Das war's für heute. Ich muss gehen, Hüter. Du kennst deinen Weg. Du brauchst unsere Anweisungen nicht mehr. Sollte meine Reise heute beendet sein, gehe ich dem lächelnd entgegen. Sollte meine Reise heute beendet. Sollte meine Reise heute beendet. Das klingt ganz gerade nah dran nach Endboss. So, jetzt habe ich's. Ich kann gar nicht mehr reden. So. Wohin? Da. Rufen wir ihn jetzt oder was? Ist das gerade nur Zufall, dass er auch diese Mission macht oder verfolgt er uns? Egal. Hilfe kann man immer gebrauchen. Die müssen aber jetzt nach da. Wie heißt der, der Henker? Oh, der Henker ist auch wieder da. So, warte mal. Ich will auf jeden Fall hier noch meinen Scheiß haben. 116 zu 178. Woll. Da haben wir nochmal neuen Scheiß. 178 zu 16. 16 zu 179. Woll. Wir haben neuen Brustpanzer. Wir haben neuen Brustpanzer. 16 zu 178. 16 zu 175. Nee. 14 zu 176. 14 zu 173. 14 zu 173. 14 zu 176. 14 zu 173. Die kann weg. 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 So. na klar kommt keiner über meine witze na klar Kumpel und das wird hier Endboss mäßig oder wie siehst du die Rohre so kommen wir zum Waffenkern ich bin schon wieder geblendet oh nein mich hat man zermatscht so würde ich denn jetzt so so gut das war's jetzt schon schief gehen hey Henker kommst du mit oder wie gut auf in die Schlacht auf 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 abfänger die wollen wohl dass wir hier alles in die luft jagen auf auf freunde mach doch ein spiel Dauerfeuer ist er öffnet, Freunde. Wow, einfach, wow. So, irgendwie treffen wir den nicht, ne? Wohin müssen wir? Wir müssen nach da. Die Wärmeaustauscher. Zerstöre sie, damit die Waffe überhitzt. Die Blenden blockieren unsere Schüsse. Warte, bis sie sich öffnen. Oh, wir haben gerade Besuch bekommen, Freunde. Wir haben hier gerade Besuch bekommen. Und es ist einfach mal hart explodiert, eiskalt explodiert, Freunde. Und es ist einfach gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach je, wo kommt man so eins her? Alles klar Nummer 2, der letzte sollte den Kern kühlen Er ist offen, er ist offen und Die Temperatur steigt, aber das reicht nicht Wir müssen den Kern selbst erwischen Haben wir ihn erwischt? Renn doch nicht weg, Mann! Eine Fusionszelle, damit können wir das Elektronenreservoir überlasten So, wo hin, wo hin, wo hin, wo hin Ich komme mit dem Schiff, lauf! Zabala, die Waffe ist zerstört, starte den Angriff Ich lauf jetzt schon so schnell ich kann wir sind hier fertig ab nach hause jawohl wir haben es geschafft freunde wir haben es geschafft gute arbeit könne wie viele wanders sieben in folge wer braucht das licht wenn man einen gefriederten freund an seiner seite hat richtig habe ich recht oder habe ich recht ich habe recht ok ja das ist der treffpunkt an dem ich den teleporter aufstelle zavala und die korra sollten jetzt an ihren plätzen sein zavala wir sind in position wir auch bereit wenn du es bist copy geht in deckung ok weiter Zawala, wir sind auf dem Weg. Okay. Warum legt ihr Hüter euch alle Nase lang flach? Wo ist Kate? Wenn er sich an einen Plan hält, ist er genau dort, wo er sein soll. Jetzt müssen wir nur noch dich und Ikora hoch zu ihm schaffen. Das ändert die ganze Sache. Überlass das mir. Du geh weiter. Ikora, Kate ist oben. Ich bin unterwegs. Viel Glück. Hüter. Jetzt wird spannend, Freunde. Jetzt wird spannend. Jetzt kommt der Böse noch mal bestimmt. Ja. 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 Hüter. Der Feind greift die Stadt an und die Allmacht ist verloren. Verloren? Erkläre dich. Verwüstet von dem gleichen Hüter, der irgendwie seine Macht zurückbekam und unsere Armeen in diesem verdammten ganzen System demütigt. Du würdest das wissen, aber du verschwendest deine Zeit an eine Maschine und eine Kreatur, die behauptet, mit ihr zu sprechen. Pass auf deinen Ton auf, Konsul. Mein Ton? Unsere Mission, diese Macht für unser Volk zu sichern, wird scheitern. Zum ersten Mal in der glorreichen Geschichte der Rot-Legion. Wegen dir und deinen lächerlichen Sorgen. Sieh dir deinen reisenden Andominus. Der Käfig ist fertig, die Zeit ist reif. Nimm, was rechtmäßig dir gehört. Nimm seine Macht. Sag, Sprecher, was will der Reisende noch? Doch, Ghaul, ich spreche für den Reisenden. Ich habe nie behauptet, er spricht mit mir. Diese Fixierung ist vorbei. Du wurdest bereits auserwählt, nicht von einer Maschine, von mir, und zwar an dem Tag, als ich dich fand. Vergiss nicht, wer du bist. Was du bist. Du bist Kabal. Kabale warten nicht. Du nimmst das Licht. Tu, was du geschworen hast, und gib mir die Rache, die du versprochen hast. Sieh mich an, Schüler. Sieh mich an! Ich werde tun, was ich geschworen habe, alter Freund. Ich bin Ghaul, und das Licht ist mein. Ich bin Ghaul, ich bin Ghaul, ich bin Ghaul, ich bin Ghaul. Ich bin Ghaul, ich bin Ghaul. Okay, Freunde. Die Folge ist jetzt wieder vorbei. Die ging heute mal wieder sehr lange. Ich würde mich freuen, wenn ihr sie natürlich mit einer kräftigen Bewertung unterstützt. Das tut ihr mich und meinen Kanal. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.